Servus, bei den Streckenvideos heute geht es um die Burgessen und die Rotforestier. Heute zeige ich euch die Rotforestier des Stammbach, beginnend im Stammbach selber, von der D132 kommend, abbiegend auf die Route Barenbach und das ganze Ende dann auf der D98D zwischen Hasselborg und Lauch. Ich wünsche euch einfach mal viel Spaß damit und Salü. Hier nun von Savern kommend auf den D132 und gleich am Ortbeginn zu Stammbach wird auf die Route Barenbach abgebogen. Sprecher Jochenbrach Sprecher Jochenbrach Nach diesem Parkplatz hier beginnt dann die Route Forestier des Dambach. Untertitelung des ZDF, 2020 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 The Conscience of Werewolves 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 And so now we're at the end of the route for the city The Conscience of Werewolves The Conscience of Werewolves The Conscience of Werewolves